Wenn wir anfangen, einen Wald wieder aufzubauen, spielen wir eine Rolle in etwas Größerem. Wir schaffen eine bessere Welt für unsere Gesundheit und die Gesundheit künftiger Generationen. Durch den Wiederaufbau von Wäldern und deren nachhaltige Nutzung schaffen wir neue Lebensräume, wo sich Pflanzen und Tiere entfalten können. Wir setzen uns für eine Wirtschaft ein, die Jobs schafft und unser Leben verbessert. Wir bewirken wirklich etwas im Kampf gegen den Klimawandel. Wir verbessern die Qualität der Luft, die wir atmen, der Nahrung, die wir zu uns nehmen und des Wassers, das wir trinken. Wir schaffen eine gesunde Umwelt, um unsere Kinder glücklich aufwachsen zu sehen. Es ist nie zu spät, aktiv zu werden. Lasst uns unsere Wälder wieder aufbauen und damit eine bessere Zukunft für alle gestalten. Januar Vielen Dank.